Hey Internet und YouTube Happy Wheels, don't worry, be happy now. Meine Frau euch jeden Tag ein Baguette bringt, das ist Liebe, YouTube, Violent Rampage, gut, Gewalt, hatten wir schon lange nicht mehr, freut mich, Fistfighting, oh yes, excellent, das sind Moves, Rambo ist nichts dagegen. Ohohohoho, Hitspace, okay, perfekt. Ähm, das war brutal. Naja, Miss Candy war nicht dabei. Gott sei Dank ist sie im Supermarkt. Bekommt von all der Gewalt nichts mit. Missile Launch Billy. Alright. Halt Space and Up, das werde ich doch hinbekommen, oder? Da steigt sie, die Rakete. Soll ich noch irgendwas tun? Nun, ich denke, man muss jetzt kein Technikgenie sein, aber ich denke, ich habe den Tick-Tack, den Tick-Tack-Toren, Tick-Tack-Toren-Test bestanden. Ich könnte jetzt überall Präsident werden, ich kann eine Rakete zünden. Tick-Tack-Tor. Ja, reitet darauf herum, YouTube. Mhm. Jeder Kommentar jetzt, Tick-Tack-Tor. Seid froh, dass ich kein Tick-Tack-Tor bin, weil sonst würde ich solche Kommentare aufs Schärfste verurteilen. Matrix. Denn schließlich habe ich den Tick-Tack-Toren-Test bestanden und kann eine Rakete zünden. Das ist das Wichtigste, was man tun muss als Führer in einem Land. Challenge, don't lose any blood. Ich habe verloren. Warum hat mich die Kloschüssel nicht gerettet? Aber ich habe trotzdem überlebt. Jesus, ich war zu spät wieder. Moment. Ups. Yeah. No. No. Das war ja noch schlechter. Wartet. Yep. Yes. Yes. No. Oh, das zählt nicht. Okay, vielleicht zählt nicht. Wartet. Nein. Das war die falsche... Wartet. Ah, 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 ah. Moment. Das wird ja immer besser. Das wird immer besser. Okay, könntest du aufhören? Ja. Who's the man? Die Toilettenschüssel... Oh. Who's the man? I am the man. Warum habe ich eigentlich einen Tisch bei der Kloschüssel? Ich meine, es ist ein Ort, wo man sich oft aufhält. Vielleicht ergibt es Sinn. Ich weiß nicht, ob es dich beim Essen stört. Wenn man Gäste hat. Überall Stühle. Nur ich sitze auf dem Klo. Quasi. Ja, das ist wieder witzig, oder? Call of Duty. Space. Aim right, aim left. What? Das ist verwirrend. Äh, shoot. Habe ich die Schusstaste verpasst? Habe ich gewonnen? Ist das der neue Call of Duty Teil? Ah, die Grafiken werden immer besser. Ist ganz anders als der. Okay, war top. Ich freue mich auf den nächsten Teil. 2016. Es gibt sicher was anderes dann zum Sehen. Throw yourself harder. That's what she said. Also, throw yourself. War nicht. I believe I can. Au. The mother? Wie ist... Nein, ich komme hier nicht. Drüber. Komm. Und schon. Oh, shit. Wir sind im Ziel. Mit unserem größten Körperteil. Der Oberkörper. YouTube. Ey, jetzt reißt euch. Ey, das gibt's ja nicht. Bowling. I'm the master. Of the bowling. Das war nix. Warte. You can do it. Das war großartig. Dankeschön. Who is the man? Don't move. Oh, das kann ich am besten. Das ist das, was ich den ganzen Tag mache. Wenn ich schlafe. Obwohl, im Schlaf bewege ich mich wahrscheinlich mehr als... Jetzt. YouTube, es reicht langsam. So werden wir keine Freunde mehr. Ganz schön ausge... Ganz schön ausge... Ja, sicher. Er lässt das Kind sterben. Nun, Fußball ist für manche Väter wichtiger als das Kind. Spike Fall. Okay. Okay. Noob, 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 noob. Easy, easy pro. Das ist mein Name. Da bin ich gelandet. Okay. Wartet mal. Woops. Perfekt. Faaah. Das zählt doch. Nein. Das zählt doch. Haha, ausgetrickst. Und jetzt las ich es los. Nein. Jesus Christ. You can do this if you really want. But you must try. Try and... Okay, let's... Was ist das? Das war nicht so... Das war... Das... Danke. Danke. Nee, ich hab nicht mir selber applaudiert. Hier stehen Leute, die schauen mir zu und applaudieren. Die ich bezahlt hab. Nee, Pogo Challenge. Nee, hör auf. Nee, kid. Town Rampage. Do I have a heavy car? Good. Space for Brakes? Nö, das sind natürlich nicht. Error keys. Error keys. Oblivious. Okay. Könnte ich... Ich will hier nach vorne. Nicht sicher, was hier gerade abgeht. Aber... Ich... Ist vielleicht nicht die... Vielleicht sollte man sich anschnallen. Vielleicht sollte man sich anschnallen. Über den Gurt nach... Wow! Das war ein Dropkick. Oh! Nö, ja. Das... Die Führerscheinprüfung wurde nicht bestanden. Ah, Bottle Run. Try to beat this level. Ich hab bis jetzt nicht Miss Candy wiedergesehen. Jesus Christ! Aber ich lebe. Das ist die Hauptsache. Ich lebe. Die Führerscheinprüfung wurde nicht bestanden. Oh! Sexy! Was laggt hier? Aber... Wieso fällt der runter? Zuerst schwächen wir ihn. Bist du betrunken? Oh, jetzt kann ich das... Ding nicht mehr verwenden. Ah ja. Komm her jetzt! Dankeschön! Die verschwinden noch. Okay, das... Kann ich nicht nach oben schleudern? Wupsi! Das ist sinnlos. Okay, gut. Ähm, ja. One Finger Death Punch. Sorry, no win. What? Jesus! Christ! Ah! 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 Danke schön! Mal sehen. Hat der einen rosa Schnurrbart eigentlich? Was für eine dämliche Frage. Natürlich hatte der einen rosa Schnurrbart. Jeder Killer hat einen rosa Schnurrbart. Also. Solltet ihr irgendjemanden sehen? Draußen mit einem rosa Schnurrbart. Lauft. Lauft so schnell ihr könnt. Ich will eigentlich. Proof. Nirgendwo. Nirgendwo. Die Suche nach Miss Candy. YouTube. Die Suche nach Miss Candy geht weiter. Geht's ihr gut? Ist sie noch immer einkaufen? Sie sagt. Sie geht nur kurz was einkaufen. Ich hab sie nie wieder gesehen. Wir sehen uns dann wieder. Auf der Suche nach Miss Candy. Danke fürs Zusehen. Danke für Bewertungen und Kommentare. Die machen mich nämlich. Absolut. Wuschelig im Kopf. Miss Candy auch. Und dann zeige ich das Miss Candy. Jetzt seh mal wie viele Bewertungen ich hab. Und sie sagt. Dafür teile ich sogar mein Baguette mit dir. Und ich sag. Nichts mehr. Weil das geht euch alles gar nichts an. Und das wäre. Ab 18. Macht's gut. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss. Bitte. Musik. Vielen Dank.